Nach einer Laserkorrektur dauert es einige Wochen bis maximal drei Monate bis wir ein finales Ergebnis feststellen können. Durch die moderne Lasertechnologie sind sehr präzise Ergebnisse möglich. In Einzelfällen kann es durch die Wundhellung zu geringen Abweichungen kommen, die wir anschließend in dem sogenannten Nachlaser behandeln können. Langfristig gesehen ist das Ergebnis stabil. Sollte sich im weiteren Verlauf eine erneute Fehlsichtigkeit ergeben, so kann eine Lasernachkorrektur unkompliziert durchgeführt werden. Generell können Sie sich aber auf viele brillenlose Jahre freuen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, einen Termin zur Voruntersuchung über unser Online-System zu buchen. Diese Voruntersuchung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem Leben ohne Brille. Ich freue mich darauf, Sie bei ELESA begrüßen zu dürfen.